Da haben sich wahrscheinlich schon viele reingezogen, aber ich würde mir erstmal gerne ein Video von Justin reinziehen. Justin hat sich ein neues Auto rausgelassen. Ich würde mir erstmal gerne reinziehen und zwar sein Traumauto. Wir schauen doch mal einfach gerne rein. Ich muss es nicht großartig spannend machen, ihr seht es schon im Titel. Ich habe mir mein Traumauto gekauft. Es ist wirklich... Ich muss jetzt hier schon mal pausieren. So wie die Inneneinrichtung aussieht, sitzt er in einem Tesla, kann es sein, in einem Model X vielleicht. Sieht auf jeden Fall wild aus. Ja, ist einer? Irgendein Hobby von Justin, einfach ein Tesla Model X. Model 3, achso, okay. Ah, bei Model X wäre wahrscheinlich hier noch mehr, oder? Trotzdem nice. Also ich würde gerne mal in einem Tesla mal mitfahren. Ich bin so aufgeregt wie noch nie. Meine Hände schwitzen und ich weiß nicht, wie ich da gleich drauf reagieren werde. Seit acht Monaten. Die Schlauen unter euch haben gesehen, vielleicht auf mobile.de. Ich habe meinen McLaren abgegeben, weil man kann ihn im Winter nicht fahren. Auf mobile.de. Und es ist wirklich ein unfassbar geiles Auto gewesen. Wenn ich irgendwann mal wieder einen Sportwagen hole, wird es bestimmt wieder einer sein. Aber wir sind jetzt hier gerade. Kannst du gerne mal zeigen. Ist kein Tesla. Ey, der, der wohl auch immer das im Chat geschrieben hat, der kann sich direkt löschen gehen. Für was soll sonst hier das T auf dem Lenkrad stehen? Woher jetzt? Ihr seht schon das fette BMW-Logo. Und für was ich mich jetzt hier entschieden habe, werdet ihr gleich sehen. Leute, es war ein unfassbar krasses Jahr. Ich wünsche mir, dass ihr vielleicht am Ende des Videos noch mein paar Worten lauscht. Aber jetzt geht es erstmal zum Auto. Ich zeige euch das, was ich mir hier geholt habe. Peso hat derbe den Erfolg. Und die sind mit allem auszukauft gegangen. Recht schnell. Also war derbe erfolgreich. Und unabhängig von Peso darf man ja auch nicht vergessen, dass Justin so noch einen YouTube-Kanal betreibt. Stellenweise hat er drei Kanäle betrieben. Plus Twitch. Dann noch Instagram-Kooperationen. Wodurch ihr auch Schuhe bekommt. Oder keine Ahnung, was für Wertgegenstände. Also auf jeden Fall nice. Und ich bin wirklich unfassbar aufgeregt. Also stellt euch vor, wie aufgeregt ich bei der McLaren-Abholung war. Jetzt mal 30. Das ist wirklich crazy. Ich habe natürlich Jonah wieder am Start. Der das Ganze hier filmt mit Technik-Like. Ist ja der Kanal. Und wenn die beiden vorbeikommen, dann wisst ihr, es werden schwere Geschütze aufgefahren hier. Und natürlich mein Bro Mo, der mich ja auch emotional begleitet. Und dann würde ich sagen, ja, wir können mal reingehen. Bild. Danke für deinen tollen Content. Mach weiter so Kuss, 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 Rau, dicker MWD. Wow. Soll to Mr. Justin Fuchs. Digga, auf richtig seriös angelehnt. Holy shit. Nicht schlecht. Der Moment der Wahrheit. Ich bin bereit, ja. Wunderbar. Also ich bin der Friedrich. Hi. Wir sind hier bei Rolls-Royce in Köln. Und wie man vielleicht schon erkannt hat im Hintergrund, haben wir hier Justins neues Auto. Einen Rolls-Royce Raid. Speziell nach deinen Wünschen gemacht, wie du es haben wolltest. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe und denke auch, dass wir alles getroffen haben, wie du es haben möchtest. Ich bin sehr gespannt. Ich habe kein Bild vorher bekommen, kein Video gesehen und so. Also das ist jetzt wirklich auch meine erste Reaktion darauf. Ich bin super aufgeregt. Dir auch, was du dazu sagst. Also das ist dann, let's go. Alter, du siehst krassig aus. Der Wagen sieht aus wie aus einem Musikvideo. Junge, das ist doch gerade ein Musikvideo und gefühlt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Nice Nice, Alter. Wie nennt man das immer? Suicide Dogs oder so? Damals bei Need for Speed immer reingemacht, sobald man das konnte. Sieht anders, sieht anders heftig aus. Ich glaube, wenn man so mal davor steht und das erste Mal realisiert, dass die Tür einfach falsch rum aufgeht. Auch, also auch heftiger im Moment wahrscheinlich. Nice Also da kann Rolls Royce auch eigentlich den kleinen Carporn verwenden für die nächste Werbung für den Wagen. Haben die Jungs auch sehr schön gemacht, finde ich. Die haben auch schon bei McLaren in der Nacht gefilmt. Generell im Dunkeln kommt schon immer ein bisschen coole, muss man auch ehrlich sagen. Auch gerade, weil die Lichter halt an sind und so, ne. Alter, hast du das gesehen? Das ist wirklich 10 von 10 geworden. So krass. Auch dieses ganz helle Grau. Das sieht so, wenn man es nicht weiß und keinen Vergleich hat, könnte man denken, es ist weiß. Aber es ist so ein ganz helles Grau. Wow, das sieht auch auf Bildern und auf Videos noch ziemlich hell aus. Alter. Aber wenn man jetzt live davor steht, dann erkennt man schon klar, dass das Grau ist. Gerade auch mit den schwarzen Akzenten, die wir hier überall für dich gemacht haben. Und den Felgen passen natürlich auch sehr gut. Krass. Diese Bicolor Felge. Ja, also normalerweise sind die Klinken ja silber. Ich habe die jetzt auch noch schwarz lackieren lassen, damit man wirklich so einen kompletten Look hat. Ja, Mann. Richtig gut. So krank. Das ist so ein Postpuff. Alter, das ist jetzt, ich check das nicht, das ist einfach meiner jetzt. Einfach das Nummernschild, was ich noch so vor, als ich 18 geworden bin, frisch auf meinem Fiesta. Ja, das Nummernschild. Wir haben jetzt nicht viele Autoabholungen angeschaut, glaube ich, aber das sage ich bei jedem. Ich hoffe einfach, dass niemand Auge macht, wenn er mal den Wagen sieht, geparkt am Straßenrand. Ich weiß nicht, wie oft das bei Justin vorkommt. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so oft vorkommt. Dass niemand Auge macht und mal, ihr wisst schon, es gibt Leute, die gönnen einfach nichts. Ich verstehe es einfach nicht, dass Menschen da einfach bewusst von anderen was kaputt machen, Digga. Das habe ich noch nie verstanden. Dass ich das jetzt auf so einem Auslinge, das würde ich... Bro, ich check das gar nicht. Das ist echt surreal. Das ist komplett surreal. Geil. Allein die Türe so rum aufzumachen, das ist wirklich unfassbar. Ich bin wirklich sprachlos. Der Sternenhimmel auch sehr schön. Wirklich sehr geil. Was auch Marcel bei sich im Schlafzimmer hat, hat Justin in seinem Auto. Die Jungs Justin Monti einfach so jetzt. Soundtest. Alter, was? Das hättest du nicht gedacht. Junge. Alter. Das fühlt sich wirklich an, als wie in einem Traum. Wie viele Zylinder hat der? Zwölf? Also bei der Größe, er sieht übertrieben groß aus. Ich konnte heute auch die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich bin so aufgeregt. Weil ich bin die ganze Zeit aufgewacht, wie als Kind vor einem Urlaub oder so. Eins der krassesten Features überhaupt im Auto. Da sind die beiden Türknöpfe hier vorne. Bist du ready? Du musst ja weggehen kurz. Ja, ich geh weg. Egal. Einfach die Tür kann ich, weil wenn man jetzt so ist, ist es schon wirklich schwer, da dran zu kommen. Junge. Die Schäden sind ganz geil. Das ist kein Bückliches. Die stehen im Auto auch so gut. Aber nur den. Bückliches. Ey, und wenn die Reifen sich drehen, dreht sich das hier nicht. Warum ist es ganz natürlich auch... LOL. Hier siehst du jetzt noch die Originalfarbe, aber das ist jetzt kein großer Kontrast. Ja, ja, das ist schlimm. Krass. Ey, allein das da drin ist, wie so ein Teppich, Bro. Hier kannst du drin nicht schlafen. Hier machen sich manche Autos im Innenraum. Ja, das ermüdlichste als ganz Autos im Innenraum. Ja, Leute, ich nehme an, das war ein geisteskrankes... Oh, ich will noch ein bisschen das Interieur sehen. Ich will noch wissen, was für eine Musikanlage und so drin ist. Ich will es irgendwie alles wissen. Oder ich wäre so gerne jetzt gerade in diesem Auto einfach wieder hinten sitzen, nach vorne gucken und alles abchecken. Ich glaube, dieses Auto kann einfach so viel. Der einfach auch ein fucking Rolls Royce. Wir haben zwar immer noch denselben Tag. Also ich habe das Ergebnis noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen... Also ich verlasse mich immer auf Jonah und sein Team. Das wird wahrscheinlich komplett geistgängig. Allein, wenn ich mir hier reinziehe, wie das hier alles gerade rüberkommt. Das ist... Das ist so surreal, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich sitze jetzt hier einfach... Der Wagen ist so verrückt, man. Digga, es ist einfach hier mit dem vorne drauf einfach, mit der Statue. Es sieht aus wie in einem Rap-Video, Digga. Das ist mein Traumauto seit so vielen Jahren, Leute. Und ihr wisst gar nicht, wie geistgang ich das schätze, das hier jetzt gerade machen zu dürfen, erleben zu dürfen. Es fühlt sich immer an, als wäre es hier gerade ein Traum und ich wache gleich auf. Und dann bin ich immer noch in meinem Fiesta oder CLA oder so. Keine Ahnung, seit ich... Wann habe ich angefangen? Mit neun oder so? Hat mir meine Mom das erste Mal so eine Drei-Frage-Zeichen-Kassette gekauft. Die drei Detektive da fahren ja auch in einem Rolls-Royce rum, beziehungsweise werden chauffiert. Und seit ich neun bin sozusagen, bekommt man so ab und an so ins Gedächtnis gerufen, hey, Rolls-Royce ist das krasseste Auto, das ist der krasseste Luxus, das krasseste, was man fahren kann. Keiner in Deutschland, der hat ein Wraith, oder? Ich weiß, ich weiß nicht. Und warum ausgerechnet ich? Ich check's immer noch nicht und bin so unfassbar froh. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ich einfach meinen Traum leben darf. Also heftig, ne? Ich meine, wie alt ist Justin jetzt? Er ist 22? Ich kam mit 22. Mir wirklich so unsicher war damals, ey, höre ich jetzt wirklich nach der 12. auf? Oder mache ich doch noch Abi-Final fertig? Soll ich wirklich zur Bank gehen? Dann habe ich zeitweise auch überlegt, ja, die Ausbildung abzubrechen, weil ich mal schon alles so super lief und ich habe es dann ja doch durchgezogen, einfach weil es ja sonst verschwendete Zeit wäre und ich auch wirklich dachte, dass ich bei der Bank bleiben werde. Dann hat sich dank euch natürlich alles so krank entwickelt und die Sachen, die ich released habe, kamen immer besser an und es wollten immer mehr Leute meine Sachen haben. Dass ich jetzt einfach dieses Leben leben darf, was ich jetzt gerade lebe, es ist wirklich krank. Ich hoffe, dass es nicht komisch aussieht von mir. Es ist eine rote Ampel und so. Deswegen, ich bin einfach etwas errötet, Leute. So lachen übrigens nur reiche Menschen. Es ist auf jeden Fall crazy, wenn man als junger Typ oder auch als junge Frau ist, egal, mit Stream oder mit YouTube, wenn man damit einfach anfängt und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man davon leben kann. Eventuell schießt man auch über das Ziel hinaus, dass man halt sehr gut davon leben kann und das sei ihm gegönnt. Ich weiß nicht genau, seit wann Justin YouTube macht. Wahrscheinlich schon ziemlich lang. Wie oft kam bestimmt der Gedanke so, ja, ey, ich soll es eigentlich doch nicht machen. Keine Ahnung, vielleicht fühlt es der eine oder andere, der jetzt gerade zuschaut und selber irgendwie streamt oder versucht, Videos hochzuladen. Und da an solchen Videos ist immer schön zu sehen, dass halt doch Dinge klappen. Ich rede jetzt nicht von 100 Menschen, klappt es 100 Mal so. Es ist natürlich wahrscheinlich immer ein kleiner oder was heißt wahrscheinlich? Es ist wahrscheinlich, es ist ein kleiner prozentualer Anteil. Und ich hoffe einfach, dass das irgendwie keiner in den falschen Hals bekommt und so, weil ich eigentlich immer jemand war, der jedem alles gegönnt hat, was er sich gewünscht hat. Und natürlich läuft nicht immer alles glatt so. Einige Leute haben bestimmt gehofft, dass zum Beispiel die Black Friday Sachen jetzt vor Weihnachten ankommen. Natürlich, es war eine Pre-Order. Bis Ende Januar war angekündigt, die Jungs im Lager arbeiten 24-7 und bekommen das auch wirklich sehr, sehr gut hin, Zeitplanmäßig. Ich hoffe einfach, mir nimmt das hier keiner übel. Und ja, wie gesagt, ich habe den McLaren abgegeben. Ich habe den zum sehr nice Preis wieder verkauft. Und auch das einfach, dass ich mit 22 so, nicht, ich wollte gerade aufzählen, so, ich konnte mir in diesem Jahr eine Wohnung kaufen für meinen, das ist sozusagen wie meine Rente. Natürlich reicht das nicht oder wer weiß, keine Ahnung. Aber ich habe die Wohnung gekauft, ich habe mir dieses Auto gekauft. So, und das gibt mir innerlich so eine geisteskranke Ruhe, dass ich keine Kosten mehr sozusagen habe. Natürlich gibt es hier und da mal wieder, wenn man sich irgendwas holt oder so. Aber so fix, man zahlt natürlich ein bisschen Hausgeld für die Wohnung. Aber das, ich muss keine Miete für mich jetzt zahlen, ich muss keine Autorate abzahlen. Es ist meins. Ich gönne ihm in Deutschland, ist die Neidkultur kacke. Alle, die Erfolg haben, verstecken es, schämen sich fast schon. Und entschuldigen sich dafür, er hasselt und hat Erfolg mit seinem Shop. Dann gönnt ihm seinen Luxus. Gefühlt ist es halt so, dass viele sich vergleichen und dann vielleicht einfach abgefuckt sind. In dem Moment merkt es sich aber vielleicht nicht, dass sie auf sich selber abgefuckt sind. Dann ist es einfach leichter, was schlecht zu reden. Oder es ist leichter, mit dem Finger dann darauf zu zeigen und zu sagen, so ein Unsinn und so, das ist doch Schwassen, das bringt doch alles nichts. Anstatt sich das halt anzuschauen, sich damit zu beschäftigen und dann zu sagen, okay, das ist heftig, was kann ich machen, dass ich vielleicht auch dahin komme. Was meiner Meinung nach der richtige Weg wäre. Diese Ruhe, die in mir ist und das habe ich wirklich, das ist das Wertvollste, was ich überhaupt habe, diese Ruhe. Und dass ich meiner Familie unter die Arme greifen konnte, die immer hinter mir stand und mich in allem unterstützt hat. Das ist wirklich das beste Gefühl auf der Welt und dafür wollte ich mich bedanken. Ich glaube, ich habe, sorry, dass ich auch gerade so oft pausiere, aber ich meine, ich habe auch in der Story gesehen, dass Justin seinen alten C63 seinem Dad geschenkt hat. Heftig, das ist ja auch überkrass, Alter. Ihr bekommt doch schon mit, wie unfassbar das hier alles für mich ist. Deswegen, dafür wollte ich mich einfach bedanken. Ich bin kein Mann von vielen Worten oder emotionalen Worten oder so, aber das wollte ich einfach, was ich einfach gesagt habe. Jetzt am 1. Januar 2021, während der Pandemie, dass es mir so gut gehen darf, das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank, Leute. Danke fürs Zusehen. Es bedeutet mir echt viel. Dankeschön, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Es war mir sehr, sehr wichtig, diese Worte noch zu sagen, damit das nicht einfach so kommt. Und yo, Leute, ich hole mir ein Wraith, das war es. Sondern das hier noch zu sagen, das bedeutet mir viel noch. Danke, dass ich ein bisschen hinzugehört habe. Das war echt krass. Danke an jeden, der mich unterstützt hat, egal wie lange. Ob das noch damals die Gaming-Zeiten waren, wenn ich mir mal überlege. Ich habe früher mit Designs angefangen, bin zu Minecraft, zu Call of Duty gegangen, dann Mode-Videos gemacht. Allein dieser ganze Gegenwind, den man hatte, und dass das jetzt irgendwie alles doch so gefruchtet hat, das freut mich so krass. Macht's gut, Leute. Passt auf euch auf. Bleibt alle gesund. Und ich wünsche euch wirklich nur das Beste für 2021. Haut rein. Ja, was soll ich sagen? Absolut heftiger Wagen. Schöner Real-Talk noch zum Ende hin, um vielleicht ein paar Leute abzuholen, was eigentlich abgeht. Hätte ich auch so gemacht. Also, so einen Wagen zu präsentieren, ohne irgendwie noch so Gedanken auf korrekt von sich zu äußern, wäre auf jeden Fall schwierig gewesen. Finde ich ein cooler Move. Äh, der Wagen sieht von außen heftig aus. Ich hätte gern noch mehr von innen gesehen. Ich hätte gern so gehört, was für eine Musikanlage drin ist. Weil sowas ist ja auch ultra nice, wenn man eine geile Musikanlage drin hat. Wasser, ein Jahr 2020. Herzlichen Glückwunsch an Justin. Der Traumauto sieht aber aus. Sieht einfach anders aus, ne? Ich glaube, wenn man den Wagen auf der Straße sieht, das wirkt schon sehr heftig. Da sieht es wirklich sehr geil aus. Hier auch die schwarzen Akzente. Hier wahrscheinlich auch, oder das ist wahrscheinlich schwarze Auspuffblende. Hier der Griff in schwarz. Sehr wild. Vor allem, wenn man halt junge Leute in so krassen Autos sieht, dann ist es immer sehr inspirierend so und, keine Ahnung, motiviert einen. Pusht einen selber gefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Bis zum nächsten Mal.